Ich nehme jetzt einfach mal diese. Danach kommen die eh einfach so, außer du gehst jedes Mal raus. Ja, vielleicht bringt das ja Glück. Okay, los geht's. Die Autos, die finde ich einfach so geil. Was? Schlüssel? Ja, ich will, ich will Trash kriegen. Und ja, es war ja offensichtlich, dass wir mit etwas kleinerem anfangen. Hauptsache das Auto habe ich nicht mal. Wie geil. Spritzer Aufkleber. Winz, du wilder Spritzer du. Ich will immer Spritzer. Achso, die sind speziell für den Wagen oder was? Ja. Oh mein Gott. Was brauchst du den Wagen für? Nein, warte, wir müssen, wir werden jetzt wieder eine aus. Gucken, wenn das jetzt zwei, dreimal so schlecht läuft, dann machen wir es einfach so. Aber so, die. Open. Let's roll. Mal gucken, was da rauskommt. Na, fuck. Wieso, was heißt fuck? Aber knapp. Beinah hätte ich mein gewünschtes Item bekommen. Aber der sieht nicht schlecht aus. Na, aber komm, hast einen geilen Wagen. Okay, der hat hinten zwei riesen Löcher, aber. Centio V17. Not bad. Auf jeden Fall besser als was blaues oder was. Ich meine, die Spuren sehen irgendwie total verbuggt aus, finde ich, wenn man die sich mal genau anguckt. Ich meine, bei der geht das noch, aber ich finde, die sind beide total verbuggt. Da kommen die einfach aus den Rädern raus. Da denke ich mir auch so, okay, bei denen geht es noch, aber ich finde, die sind auch nicht. Zauber gemacht, wenn man das so sagen kann. Mhm. So. The next one is this one. Hey, nein, die. Der will die Tor-Explosion haben. Eigentlich finde ich alle geil, aber am liebsten würde ich entweder die mit dem Feuerwerk oder die mit dem Flammen. Höllen-Dings da oder was, wie die heißt. Ich finde die mit dem Einfrieren irgendwie am besten. Sieht aus, als ob der bald dann kurz vorher noch was stehen bleibt und dann BOOM macht. Ja, das ist die Verpackte. Bäääää. Bäääää. Bääääää. ja wenn du noch mehr müll daraus vielleicht kannst du dann rollen und die lisa schaut im richtigen moment so sieht so wie ich gerade hier geld verballern obwohl jeder das sind die die ja noch das sind die einzigen die noch wissen aber trotzdem trotzdem scheiße kannst du die nur scheiße finden ich finde die spuren immer alle cool ok diesmal machen wir mal einfach jetzt ich finde ich bin die haben trotzdem schon was na isa alles fit bei dir hast du auch endlich wochenende wie war hier karate dings oder tecwondo oder keiner kampfspot dings da ach der ist sogar lackiert das sieht man da ist das ist sick boah mit weiß das ist geil das kann man auf jeden fall nehmen ja also sie sieht ja voll aus wie ein form 1 war also not bad aber ja wenn ich das sehe krieg ich auch schon bock meine kiste zurück backdance und schulsport war heute aber war mega nice ja das freut einen wenn es spaß gemacht hat ich muss mit meinen kisten noch warten weiß jetzt beinahe noch den anderen wagen bekommen oder hat ok na die reifen finde ich aber jetzt nicht so schön oh slk kannst du die im mercedes bauen gibt es da eigentlich auch so was wie gebrauchsschwung wie bei den csgo waffen die reifen sehen irgendwie hinten sehen sie aus als wenn ich schon noch irgendwie halt wenn er halt noch steht so lackiert oder so und dann eine andere farbe haben da steht dann halt wenn du bei inventar verwalten müssen gehst dann auf das eine alte und so ein maus zeiger drauf dann steht da halt noch dass das extra farbe dann hat und dann sind ja halt schon was seltener halt zum beispiel und dementsprechend dann event auch ich glaube von der lichtgeschwindigkeit sprung kann ich gleich auf jeden fall welche eintauschen werde ich wahrscheinlich noch ein paar kriegen eine lichtgeschwindigkeit obwohl die sieht doch irgendwie eigentlich geil aus sieht so ein bisschen aus so wie eis ich mein wie sie sich anhört weiß ich nicht weil ich hab dich ich hab den stream ja gemütet dreh dich dreh dich dreh dich und jetzt bitte ein tor explosion das ist keine tor explosion es ist animiert oder einsamer roll bohring wäre eigentlich cool wenn die pfoten abdrücke dann immer wieder so übers auto wandern ich glaube das ist animiert oder grenzender block ist eine lackierung sieht halt aus wie die schuppen der scheiße auch finde ich nicht aber ich finde eigentlich nur die animierten sachen ganz cool so jetzt haben wir die hälfte kann man stück auch man einfällt weiter wäre okay gewesen ich meine klar ist das damit muss man jetzt rechnen dass man doppelt kriegt ja damit musste rechnen gelb gelb ist ja die reifen haben da was schlecht sind sie nicht auch lackiert sogar hast du auch nicht im original farbe diesen nicht bad auf jeden fall das feuerwerk haben will warum heißt das witzebuch der fack ist einfach nur ein paar punkte ich weiß nicht wir wollen tor explosion wir wollen tor explosion oder das andere auto geht auch noch oh manjoo so close sehr seltene spur ja ist klar wohl eher sehr verpackt ach das sieht echt geil aus so nah dran und das so verdrück diese daumen oder so die habe ich mir noch gar nicht angeguckt kann kann man benutzen ja könnte zwar auf dauer ein bisschen nervig sein aber so rein optisch sieht sie nicht schlecht aus warum macht ihr auch so komische geräusche blitzartiges geräusch halt also nichts aufregendes ok nämlich nämlich ok in der lackierung sieht jetzt natürlich nicht so geil aus der hat den anderen wagen ja den animus gp in gelb lackiert jetzt haben wir uns der ist so schon so ein scheiß lackern rot haben jetzt alles wie sind die reifen eigentlich aus obwohl wir hatten das lack hier auch wir konnten ja schon im winsten welche geben deswegen wir hatten ja auch schon back mit autos also jetzt kann ich eigentlich nur noch hier so eine tolex position kriegen das ist eigentlich jetzt nicht mehr so ok wir nehmen noch mal den spritzer der muss der muss noch mal sein der geile spritzer nicht mal in weiß lackiert so noch vier das soll trommelwirbel sein es war dabei aber leider zu früh aber warte mal welche ich glaube elektroschock das hat man eben gesehen also elektroschock würde ich wenn ich die vier in ranking geben würde würde ich sagen höllenfeuer dann feuerwerk dann elektroschock und dann frost aber wenn ich schon allein eine ziehen würde das wäre schon mehr da war feuerwerk machen doch mal den spritzer oh mein gott werden wir noch zwei stück please also ich weiß wenn ich irgendeine der tolex positionen hier mehrfach kriegt der winsten auf jeden fall wieder eine pass auf direkt erst vor dreimal höllenfeuer für jeden fall als eine ich glaube so viele habe ich gar nicht so viele overdrive kisten und last but not least ich schlag mich jetzt mal mit meinem normalen ein boah ein weiter und da wäre frost gewesen feels bad man einsamer wolf tja aber hey ich finde wir haben jetzt so guck ich mal nach wie wir haben drei overdrive kisten ich hier noch habe drei autos ein reifen nee waren das nicht vier autos vier autos zweimal den den centio und einmal den animus so wie viele overdrive kisten habe ich ich gucke jetzt mal nach ich würde schon sagen ich kann pisten eintauschen eins zwei drei vier fünf sechs ja da muss noch ein bisschen was dazu kommen also ich muss jetzt in den nächsten tagen auf jeden fall noch mehr spielen greifen ich kann aber nichts mehr eintauschen hier auch mit diesen kack sachen fehler bei der kommunikation mit den rocketext waren bitte versuchen wir es später erneut mi 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 wow man kann grad scheinbar nichts eintauschen kommt immer ein fehler echt na gut dann ist es grad wieder verpackt wo kann ich denn jetzt habe ich von den sporen ich meine ich kann wenn du willst kann ich dir eine von den sporen geben wenn du die so magst na musst du nicht ich habe doch noch chancen die zu ziehen soll ich ja jetzt mal grad weiter was die mit den runen vorhaben wow ich krieg nochmal den centio ja 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 ja